Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Survival Games, zusammen mit den Yannick. Hi. Salam Aleika, Yannick. Du warst ja lange nicht mehr dabei. Ja, aber es freut mich wieder hier zu sein. Genau, hoffe ich doch. Ja. Und ich hoffe, das Echo hört man auch nicht in der Aufnahme. Ja, wir machen gerade eine Bildschirmübertragung und er ist mit iPod an. Ich glaube, das wird alles nicht ganz so geil. Aber wenn das Ausnahms- Oh, ich hatte ein Schwert. Nein. Ich hatte eins. Aber du hast eine Goldrüstung. Das geht doch auch. Nein. Okay, dann nicht. Bam. Ja, ich bin so ein Bad Boy. Ey. War nicht nur meine Konsequenzen. Und du, 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 und du. Goldschwert, jawohl, ja. Ich bin... Sieht aus wie ein Goldschwert. Oh Gott, war das unnötig. Ah, der hat Stein und, äh, Eisen. Mal gucken, ob ich den kriege. Töte ihn. Erstmal ein paar extra Punkte. Nein. Aber moment... Ja, bleib. Jawoll. Yes, Baby. Hey, Baby. Angriff. Hier kommt Balle. Alter, leer. Und, krieg den Tobi. Krieg den Tobi. Na klar, kriegst sie ihn. Oh, siehs, Arme. Er will dich nur wegbämmen. Bäm. Oh, siehs. Oh, siehs. Nein. Ich muss ihn kriegen. So eine kleine Pusti. Ja, ne? Der hat schön bessere Ausrüstung. Oh Gott. Pusti. Oh. Ey, der hat auch Stein geil. Ey, der hat den Kopf von Ungespielt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bitte töte mich nicht. Ich bin in der Aufnahme. Nein. Ja. Die klemmt sich gegenseitig. Oder? Oder? Egal. Ich werde erstmal Heuchtblut. Andererseits. Nee. Der kommt bestimmt bald wieder. Ich will... Ähm. Wohin? Wohin? Dorthin. Ich hoffe, auf der Insel war noch niemand. da war bestimmt schon mehr oder nicht davon mache ich ein screenshot das er wird das amt näher ja nicht ganz schön ist auch drauf ach ja hast ja nur du hast ja keine kommen he 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 hekt sie ich finde hier keine Kisten und ich hole meine Cousins die ich haben genug Kisten voller Coca ja wir sind hier mit sehr viel doch da oben ist eine location ja wenn ich müsste wie ist eine sehr langweilige Aufnahme und mein Schwert hält wahrscheinlich auch nicht mehr sehr lange ich gehe doch lieber auf den Festland suchen ok insel ist auch ein Festland aber ach ihr wisst schon Inseln sind einfach zu klein dafür klar leer hätte ich dir auch sagen können ja die ist auch leer die sind ja alle leer aber gucken schadet ja nicht naja ich gehe mal kurz zum Spawn naja dann gehe ich hier einfach mal am Rande lang am abgrund ich wollte gerade was sagen aber ich lass es lieber ja ich glaube das wäre am besten schade ich habe mich schon gefreut ja es war aber nur eine Holzachst ja coole Knochen yeah kannst du den Hund mitzähmen wow und zur Not habe ich dann noch eine zweite Waffe mal nicht aber noch geschafft m m m kann ich es auch ein Job die Tieren finden nein welcher man einen Obsidian dort gefunden habe auf welchen server weil sie nicht sind die denn hier wisst du was ich gehe zum stern und sonne und werde dort eine runde sparen an jahren die er nicht auf die seite da drüben hoch zehn ich werde ein paar brote machen ein paar stelle kurzstelle oder rieseneinlauf oh gott oh gott jawohl ja jorge und jetzt habe ich ein stein da ist ja da ist der plus leute suchen jetzt bin ich ja eigentlich einigermaßen gut ausgerüstet ich liebe diese welt hier voll direkt noch ein screenshot mit einem loch wenn dort ein wasserfall runter kommen würde dann wäre es ein auslauf das passt jetzt nicht unbedingt hier in die aufnahme ja ich glaube und vor allem wenn ihr gerade essen würdet dann wäre das ganz schön unappetitlich ja vor allem ich habe gerade gegessen ja cool eben gerade und auch vorhin keine ahnung du hast sogar leicht dabei genau vor der aufnahme das war übrigens auch dabei grüße an der stelle hier oh je ein faden nur damit bin ich der baba wahrscheinlich war schon jemand 6 buddha schwartz also gold keine ahnung ja gold und butter gleiche farbe naja eher nicht doch egal kommt auf die kommt auf die firma an kommt auf die boah und wo sie produziert wird genau in carrie gold carrie gold ex quatsa direkt aus dem kühlschrank direkt auf growth genau ich gucke zu viel fernsehen ich nicht scheiß fernsehen ja du zockst mir die ganze zeit genau zuchten ist besser als zocken ja ja voll bietz hier utz 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 yeah ein faden und eine angel ich bin so im wahr trotzdem würde ich jetzt gerne mal ein paar leute sehen utz 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 biet 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 final deathmatch jetzt schon oh oh schnell alles fertig machen und jetzt soll ich aus dem hinter getötet dann weiß ich so richtig auslachen ja danke ja bitte ja war 50 sekunden wir werden das schaffen jetzt heißt es keine leute zu sehen weil wir dann für das badmatch volle leben brauchen und noch drei leute leben das könnten wir schaffen wenn es kein team wäre das bestimmt ein team ja leider ich hasse teams ich auch aus ich bin selber in einem ja gut für eine aufnahme kann man das ja noch verkraften weil let's player mehr wert sind in klammern no arrogant 20 sekunden utz 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 yeah offen party hier hier offen party in offenbach yeah kraftbefehl jetzt gewinnen aber jawohl tsch starten ne auch im goldschwert wie ich nicht lauf doch nicht weg lauf doch nicht weg jahre stehen bleiben du barba während du dich da um den kümmerst hat der andere erst mit die kiste leer geräumt hat er mich nicht bemerkt er mich nicht anbelangt lahn lahn ich hole meine kurs an wlan wlan ist nicht so gut wie kabellahn nur weil deine mutter über das wlan kabel stolpert und kriege ich ihn kriege ich ihn jawoll ja Tobias hat die runde für sich entschieden und dann ist die erfahrungsflaschen nicht gut und zufrieden und zufrieden die reihe wir wollen ja und alte das war eine extrem schnelle aufnahme oder warte ja doch zehn minuten perfekt eigentlich ich hoffe es hat euch gefallen wenn die wenn jetzt noch die tonqualität und so gut war hoffe ich es hat euch gefallen weil sonst werdet ihr die folge nicht sehen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder let's play minecraft survival games janik hat das schlusswort tschau ja tschüss tschau